so guten tag hi ho rock'n'roll was geht ab jetzt hänge ich hier irgendwo wieder ab und weiß nicht so recht ob das noch mal irgendwas wird irgendwann ob das mal irgendeinen sinn ergibt dieses fünf minuten sind da ich möchte gar nicht reden ich möchte auch nicht hier nein es wandelt so viele dinge durch meinen kopf gerade jetzt im augenblick und ich kann sie nicht fassen ich kann sie auch nicht in teile bringen in stücke reißen oder zusammenkleben es gibt kein so allgemeines ding das ist das verrückte an der sache es gibt nichts allgemein es gibt nur jetzt oder nie oder immer und ewig oder oh ja was mache ich hier eigentlich mitten mitten am anfang vom juni juli oh nein schon juli juli 2017 samuel in germany und keine ahnung absolut keine ahnung noch weniger absolut keine ahnung noch nicht mal eine ahnung eine ahnung also politik tonne treten es ist spät oder früh oder was immer ja ist gar keine uhr in diesem ding drin also ganz sich ganz ganz ist die kamera genau sie rein so geht es eigentlich auch nicht ja auf dem totenbett der lebendigkeit ich muss gucken will ich die zweite staffel stylisch machen irgendwie das spiel mit dem licht knipsen das licht ab oder will ich ich nehme das licht in die hand und fresse das licht ja ich weiß sogar nicht ob es stereo von hier oder von da weil es parallel ist ein mikrofon und ich werde gucken vielleicht sollte ich mal ein bisschen agiler mit dem ganzen umgehen bisschen mehr ja die gopro ist im gespräch ja die gopro das ist ach das sind auch wieder ein paar hundert euro nee ich brauche was auch für die baustelle ja ich war gleich ich habe versucht irgendein Videoverwaltungsprogramm zu installieren und dann hat er tausend Viren gefunden das ist Krieg Krieg mit Rechnern installieren vom Programm ist wirklich Krieg aber was tut man nicht alles für für das Broadcast das ist jetzt hier auch eine Art von Broadcasting ich erzähle mir nur eine Kamera irgendwas vom Pferd und ich weiß gar nicht wie das Pferd aussehen soll ich weiß nur dass das Pferd irgendwann irgendwann immer so eine Art Begrenzungstaste hat damit sich nicht zu sehr zu viel verrate mit einem an den am an die die num 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 num